Jungleute! Was geht? Ladok am Start! So und heute zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute trennen wir das Video Richtig oder Faust? Ist eigentlich ein bisschen brutales Video. Zur Erklärung des Videos. Er fragt uns eine Frage. Hast du das gesagt? Er stellt uns eine Frage zum Beispiel, wieviel Einwohner hat Österreich und der was am nähesten dran ist hat gewonnen und darf den anderen eine Nackenschelle geben. In diesem Sinne würden wir sagen Let's go mit dem Video! Nein, bevor das Video startet Lässt unbedingt ein Lässt ein Erbruderbasik mäßiges Arbeidemont da wenn es euch gefällt oder unter ein Like Schreibt vielleicht in die Kommentare wenn wir das öfters machen sollen In diesem Sinne, let's go mit dem Video! Richtig oder Gnarrquatsche? Frage Nummer 1 Wie viele Einwohner hat D-Hailand? D-Hailand? D-Hailand! Schwierig! 3, 2, 1 2,5 Millionen 12,3 Die Zahl liegt bei ca. 69 Millionen Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung wie groß das war Ja, so groß ist das? Uuuuh Erster Punkt für mich Nein, gibt's keine Punkte Wie viele Elefanten leben in D-Hailand? Was hast du mit Thailand? Was hast du mit Thailand? 3, 2, 1 800.000 56.000 Die Zahl liegt bei rund 3.000 Elefanten Ah, schon Ehhh 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 Uuuuh Ja Frage Nummer 3 Wie viele Prostituierte sind in D-Hailand? Alter Was ist denn ein D-Hailand? 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 D-Hailand ist viel Prostituierte? Aber das ist ja viel mehr wie Elefanten Hahahaha 3, 2, 1 50.000 120.000 Geschätzte Zahl einer Studie ist bei 2 Millionen Prostituiert Muss los, Alter! Das ist mein Spiel! Fuiiii AHAHAH F-frage Nummer 4 Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Hast du schon mal gehört? Jährlich? Das ist zu wenig Ich glaube das ist zu viel Ui, zu viel. Ui Uh Geht? 3, 2, 1 300 Liter 500 Es werden jährlich pro Kopf rund 100 Liter Bier getrunken. Ja, nein! Das kriegst du richtig! Ah! Okay! Frage Nummer 5. Wie viele Buchstaben hat das Hawaii'sche Alphabet? Oder? Nein! 3, 2, 1 150 67 3, 2, 1 12 Das geht nicht abgedacht. Komm jetzt! Jetzt komm! Frage Nummer 6. Wie viele Liter pinkelt durchschnittlich ein Mensch am Tag? Wie oft gehst du? 3, 2, 1 4 Liter 1,6 1,5 Liter Oh mein Gott! Juhu! Wenn keiner den Durchschnitt 4 Liter trinkt, kann er nicht 4 Liter aus urinieren. Also! Aber wenn wer viel Bier trinkt... Jetzt mach ich einen auf hart was! Ah! Morgen wieder Nacken spüren! Das ist mein Spiel! Frage Nummer 7. Wie viel Umsatz machte die Brauenunion 2018? Umsatz? Umsatz ist nicht... Keine Ahnung gleich wie bei den Elefanten... Ganz Österreich! Jetzt hab ich's! 3, 2, 1 3 Millionen! 45 Millionen! Die Brauenunion machte 2018 755 Millionen Euro Umsatz! Jihihihi! Warum? Warum? Da muss immer stärker... Ach, ist schon ganz rot, gell? Corona! Das ist mein Spiel! Ich hasse Ratespiele, wie man merkt! Jetzt steht das schon 6,1 eigentlich für mich! Ja! Oh! Frage Nummer 8. Wie viel Vermögen haben die Geissens geschätzt? Ich habe keine Ahnung von gar nichts! Wie viel Vermögen haben die Geissens geschätzt? 4 Liter! 1,6! Insgesamt mit Haus oder nur? Ich habe keine Ahnung von gar nichts! Das ganze Vermögen! Das ganze Vermögen! Ich weiß es! 3, 2, 1 3, 2, 1 52 Millionen! 600! Ich habe keine Ahnung von gar nichts! 22 Millionen! Ich hasse dieses Spiel! Ich bin so gut! Kann ich weiter? Oh! Jetzt muss ich schon so weh tun, Max! Schön! Ist er gut? Frage Nummer 9. Wie viele Autos hat Cristiano Ronaldo? 3, 2, 1 7 23 20 Autos! Sie ist schon zu rot! Was? Letzte Frage! Nummer 10. Sie ist wieder nicht jugendfrei! Also an alle Kinder! Bitte nicht zuhören! Längster Penis der Welt! Oh! Das ist dein Gebet! Was? Boah! 2 in Klasse bin ich! In Zentimeter? Ja! 48,2 Zentimeter! So groß ist das? Wie viel hast du? 90! 53! Hey! Der letzte! Da war ich noch jung! Geht? Ja! Ah! Nein! Okay, dann vielleicht bei der nächsten Runde! Das war's wieder mit diesem Video! Ja! Ihm hat's gefallen! Geil! Falls euch das Video gefallen hat, lässt ein kostenfreies Ehrenbruder Basismäßiges! Abortment! Abortment! In diesem Sinne würden wir sagen, danke fürs Zuschauen! La Dock! Ende! Geil! Das ist wie ein Scheisspiel! Das mach ich nicht nochmal! Wir sehen uns! Deine! Deine! Ja!